Nichts bleibt im Verborgenen. Zum 10-jährigen Jubiläum von Promi Big Brother zeigt der große Bruder das Leben seiner neuen Bewohner und Bewohnerinnen rund um die Uhr im 24-stündigen Livestream auf Join. Und Big Brother hat seine ersten neuen Bewohner und Bewohnerinnen bereits ausgewählt. Reality-Star Jelis Koch und Schlagersänger Peter Klein ziehen bei Promi Big Brother ein und begeben sich im Dauer-Livestream unter die ständige Beobachtung durch Big Brother und die Zuschauer und Zuschauerinnen. Die neue Staffel der Reality-Show startet ab Montag, 20. November 2023 live in Sat.1. Mit Promi Big Brother geht ein Wunsch in Erfüllung, erklärt Jelis im Live-Presse-Event zur neuen Staffel. Mein Motto ist immer, alles passiert immer aus einem Grund, deshalb nehme ich immer alles, wie es kommt und das soll so sein. Zeig, wer du bist und verliere dich selbst nicht, dann wird alles gut, so Peter Klein. Inwiefern sich die beiden treu bleiben und wer noch alles ins Haus einziehen wird, das erfahren die Zuschauer und Zuschauerinnen bei Promi Big Brother ab Montag, den 20. November 2023, täglich live in Sat.1 und auf Join. Dort wird Promi Big Brother 24 Stunden Livestream mit Join Plus als Live-TV-Channel zu sehen sein.